und ich glaube ihr seht den überschlag heute geht es mal wieder um vielleicht oder auch gar sicher tödliche usb charger thomas hat mir das kerlchen hier geschickt und gemeint das kriege ich garantiert leicht auf wobei ich verstehe jetzt gar nicht was er meint mit leicht hat nur schon irgendwann mal schwierigkeiten kann ich gar nicht erinnern und dann habe ich einfach mal für spaß ein bisschen ein ähnliches in irgendeinem amazon shop gekauft das ist übrigens ein original samsung vielleicht werden jetzt auch bitter enttäuscht vor allem 10 euro das teil her und wenn man mal geschützt noch an anfang an boxing oder ist es ein an antötigen antötigen ich mache jetzt antötigen videos klingt irgendwie nach einem puff über sonnet so ich habe es optisch gekauft ach das ist ein komischer satz also ich habe einfach mal nach gleichen merkmalen gesucht sie sind nicht gleich man sieht hier irgendwelche werkzeug spuren hier nicht aber sonst muss man schon sagen sie sehen sich komplett natürlich nur zufällig ähnlich ist mir schon klar jetzt mal angenommen das hier ist ein echtes samsung manchmal sieht man es auch mit den aufdruck anschaut wobei ich jetzt hier eher unentschieden wäre also hier ist der font anders und hier hat der font ist ja nicht mal gerade er ist ja viel älter das hier sie haben sie alle und jetzt geht die china export geschießt gescheißerei los und man sollte alle nicht wegschmeißen gut da würde ich mal sagen wir machen es wie immer nicht weiter wissen wir stecken es halt einfach mal rein ein gut also schon mal keine initiale explosion das ist langweilig für euch gut für mich das ist ein bisschen blöd weil das display unten dann nehmen wir einfach das gründige verlängerungskabel das dürft ihr jetzt nicht sehen dass ich das gerade noch in verwendung hatte nicht dass euch das noch lebensgefährlich umbringt oder so gut overload co basieren also irgendwo die spezifikation sagt auf jeden fall ich habe 4,75 volt das wird eng das schafft dann etwas sagt er eigentlich habe gar nicht genau drauf geschaut 2 ampere dies ist ein bisschen stretch der jetzt der amerikaner sagen also das ding macht keine 2 ampere aber wir haben das original von samsung steck's nicht rein take it apart oder so was soll das anna passt schon bin bloß blöd 1 ampere 2 ampere das ding kann 2 ampere ich bin ziemlich erregt oder sogar excited leck mich am arsch habe da was gekauft moment ich habe da noch eins rumliegen von den dingern wo glaube ich samsung draufsteht ich habe hier noch ein huawei das ist ein quick charger der kann auch 2 ampere oder 9 volt 2 ampere kommen das ist dann wohl sogar ein original aber heute ist herr down day also ich bin mir sogar fast wieder sicher dass das einer ist den ich mit dem tablett zusammengekriegt habe auch der kann gut 2 ampere und 2 ampere und 10 watt reicht ja für die meisten geräte ich weiß das sind einige anderer meinung ich habe auch einige videos veröffentlicht wo ich ja mit ladekabeln hin und herum mache ich bin inzwischen der meinung da schließe ich mich jetzt wahrscheinlich der stillen mehrheit von euch an über nacht aufladen ist okay also sagen wir in vier bis sechs stunden er oder sechs bis acht stunden sollte das mobile gerät geladen werden wie auch immer und alles drüber raus als alles schnellere könnte auch eher den akku schädigen damit ihr nachher nicht enttäuscht seid das ist ein reiner terra und ich mache jetzt keine vermesserei der geräte im detail ich werde euch den hier den verlinke ich euch weil der ist garantiert so super dass ihr den garantiert kaufen wollt unten in der video beschreibung ich habe eher dauerwerbesendung draus gemacht und vergesst nicht wenn ihr nach werkzeug und sowas fragt da gibt es auch meinen amazon shop unten in der video beschreibung wollte ich bloß mal erwähnt haben so und jetzt deshalb fördert you machen wir jetzt den spaß hier auf sesam wickler öffne dich das wäre auch leichter gegangen der hängt ja wirklich nur da bist da drin und jetzt kommt der punkt auf den er alle wartet in solchen geräten da werke ich netzspannung netzspannung ist nicht witzig egal welche sicherung oder nicht da könnt ihr euch relativ erschrecken und tödlich umbringen auch solche geräte wenn sie eine weile außer betrieb waren können manchmal die elkos wenn sie keine bleeding resistors drin haben durchaus noch eine weile spannung halten also finger weg wie ich immer sagt lasst das die profis machen wenn er keinen findet dann schickt es halt mir ihr wollt es doch auch oder also ich möchte jetzt erst einmal ohne es wirklich zu analysieren und ganz zu zerlegen meine isolations messung machen mein alter isolations messer ist leider verreckt den schauen uns irgendwann demnächst einmal von innen an aber ihr wisst ihr wie das ist zeit alles auszuprobieren deswegen mache ich jetzt mal eine ganz naive isolations messung dafür brückt man l und n die beiden hier und dann messe ich eben ob ich auf der usb seit den durchschlag kriege das ist problematisch das ganze weil natürlich das gerät mit einer ziemlichen sicherheit dabei zerstört werden können sie aber um es noch mal zusammenzufassen das ist trotzdem ein maß dafür wie sicher das zeug euch trennt vom netz das ding kann angeblich bis fünf kilowatt und gut possibly garung das geht natürlich weit über die normalen consumer vorschriften hinaus aber schauen wir doch einfach mal was passiert 13 gig ja das wäre jetzt kein thema okay zwei halb kv das ist jetzt langsam immer relevanten bereich größer ein mega ohm wäre schön kommen fünf das ist ja fünf kv ist viel zu hoch aber das ist ein indikator dafür sage ich jetzt einfach mal dass hier was nicht in ordnung ist so zur schaltung hier kommt netz rein dann haben sie getan so getan wenn sie eine sicherung bauen wollen dieses gewuselte hier das ist die einzige netz sicherung die ihr habt und dann geht es auch gleich in den fullbridge brückengleichrichter von dem aus dann zu dem lade elko einer marke die ich nicht kenne 400 volt na gut und hier haben wir diskrete ballelemente eher die einfache art das wird ein flyback wandler sein das ganze ich werde ihn jetzt nicht bis zu ende hier analysieren aber das putzige ist halt wir haben jetzt hier da ist die netzspannung reingekommen hier 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 ist der übertrager hat vier anschlüsse also wird eins der hilfswicklung sein hier ist die sekundär seite also die schutz kleinspannung seite was sieht es eigentlich hier an dieser hellen linie das ist die isolations barriere zwischen dem gefährlichen und der kleinspannung die ist hier an dieser stelle ich brauchst gar nicht messen viel zu gering auch wenn sie jetzt da versucht haben hier über den schutz sagt ein bisschen was zu machen aber dies auf jeden fall viel zu gering und eigentlich auch unnötig zu gering da ist in die usb buchse hier breckerl herr in die quere gekommen hier ist übrigens der optokoppler für die rückmeldung da wird die also er wird die spannung die hat er auch ganz gut getroffen aber sie haben da sie hätten den natürlich hier weiter rüber setzen müssen damit sie die komplette breite hier ausnützen können also als barriere gegen verschmutzung und gegen überschlag da haben sie wenigstens noch an irgendeinen kondensator rein auf der sekundärseite und hier hier ist der entstör kondensator auch hier der abstand ist relativ gering und das muss in y klasse sein ich erzähle mir das gleiche aber manche von euch fragen halt nach weil sie hat etwas später erst bei dem kanal dazugekommen sind und nicht schon seit zehn jahren dabei ist ob man das noch mal erkläre was der hier macht also im prinzip je höher die frequenz desto niederohmiger wird er und der trick ist eigentlich dass wir hier kurz schließen dass wir hier die erzeugung der hochfrequenz kurz schließen über diesen kondensator deswegen müssen wir da auch die sekundärseite hätten wir einen schutzleiter würde der gegen einen schutzleiter gehen auch da muss es in klasse y kondensator sein aber hier ist es noch wichtiger weil wenn der durchschlägt dann verbindet der die 230 volt seite mit euch direkt und davon abgesehen dass der dreckig aussieht und das ist genau was ich befürchtet habe das ist kein y kondensator das ist ein handelsüblicher kondensator bis 1 kv und das ist wahrscheinlich auch der grund warum wir diesen widerstand da festgestellt haben weil der eben langsam dann anfängt wenn ich eine höhere spannung draufgebe durchzuschalten also durchzuschlagen wir können aber die probe aufs exempel machen schwind und ich mache jetzt noch mal den isolationstest hier bei 5 kv schlägt er dann durch das muss ich jetzt können zeigen was ich jetzt da gerade gesehen habe da oben ist ground und ich glaube ihr seht den überschlag bei 5 kv reicht schon die creeping distance auf der platine nicht mehr und jetzt jetzt bin wir zwar halb kv gut es hat sich wahrscheinlich hier möglicherweise auch ein bisschen karbonisierung bereits gemacht also bei zweieinhalb kv kann das jetzt unter den umständen jetzt auch im sommer am mittelmäßig hohe luftfeuchtigkeit kann das schon durchschlagen das ist nicht so witzig wer braucht schon entlöt werkzeug ladies and gentlemen we proudly present die beißzange da löst sich schon irgendwie die pampe hier auf das war die primär seite hier ich denke wir haben jetzt gerade die hilfswicklung gefunden ist das die sekundäre das ist die sekundär linie die ist hier die sieht man durchscheinen hier durch die pampe ok sieht nicht gut aus so wickel die wickel die ab so weg ist sie das ist die beste pinzette der welt also das ist klar die sekundärwicklung was man jetzt hier sieht ich bin schon nicht so ganz begeistert weil jetzt wirklich nur eine umdrehung hier unter dieser hilfswicklung lag also bei den richtig guten sind die hier doppelt isoliert wenigstens sehe ich jetzt auf dem ersten blick nicht dass die hier primär berühren also sie haben hier wirklichen abstand gehalten das ist aber jetzt auch das einzige gute was mir zu dem netzteil anfällt einfällt auf zur primär wickeln das sehen jetzt eigentlich auch nichts mehr da haben sie jetzt wo zwei das sieht ein bisschen nach zwei umdrehungen aus aber das ist mehr gefühlt als gemessen also den trafo würde ich als mittelmäßig sehen nicht richtig lebensgefährlich aber an der grenze aber durch den nicht y-instör kondensator ist das ganze ding garantiert tödlich samsung sonst kriegt das maul immer weit genug auf scheint ganz gut verklebt zu sein das sieht schon klar vom ersten blick ganz anders aus das ging einfach war das ist ein unterschied wie tag und nacht also ich verlinke euch das ding wirklich in der video beschreibung ich kann natürlich nie garantieren dass er wieder das gleiche kriegt aber das sieht mal ganz vernünftig aus schon mal auf den ersten blick da ist ein fusible resistor das ist die sicherung da ist ein anlauf ntc spule haben sie sich gespart zum entstören von mir aus hier haben sie zwei elkos zum puffern parallel geschaltet wegen der bauform hier ist ein stört kondensator und er kommt darauf er ist y-rated dann haben sie übertrager den das kann übrigens von mir sein nein ist nicht von mir dann schauen wir uns noch mal genauer anderen auf der rückseite spannungspfad rein hier ist der vollbrückengleichrichter oder vollbridge erwischt was ich meine hier ist der wandler ec sie haben hier ein fräsungen gemacht aber das was jetzt sofort auffällt ist dass sich hier eine große ein fräsungen gemacht haben und da ist auch die kleinspannung seite was jetzt wahrscheinlich doch das war wahrscheinlich ich weil ich an der seite rausgezogen habe den hier kaputt zu machen hier steht auch samsung drauf das beweist jetzt nix aber wenige machen sich die mühe jetzt auf der ebene noch zu fälschen dass wir sind jetzt hier auf der sekundärseite hier ist die gleiche richter diode was ist sich da natürlich widersparen bei dem usb anschluss ist irgendwelche signalisierung für andere geräte ich weiß einige von euch ergänzen mich da gern weil ich es nicht immer bis zum ende aus formuliert also usb muss eben um diese lademöglichkeit zu signalisieren also dass man aus dem ding mehr ziehen kann muss ja entweder ein kurzschluss zwischen den beiden haben oder es gibt einen speziellen ec der dann eben schaut was da passt oder für iphone zu anders als dann spannungsverhältnis also das macht ja alles hier nicht aber man könnte sagen gut das ist von samsung für samsung geld schauen wir uns schnell noch den übertrager hier an wie viel anschlüsse hat er eigentlich 12 und 234 nach so hochspannungs test davon nicht vergessen 1000 volt irgendwie über 70 gig uninteressant zwar ab 1000 volt immer noch 5000 volt das ist interessant so und jetzt krieg ich nur hin entweder hat sich das gerade weg gebrannt was da jetzt gerade übergeschlagen hat aber so wird es auch noch nicht erlebt das sind 5000 volt würde ich mal als einfach interessante erkenntnis verbuchen jetzt hat es mal eine art finger bretzelt hätte fix wie war das mit elkus im laden schon mal zur hälfte draußen aus dem schraubenzieher und aus der platine also bei der ersten lage haben sie jetzt mal nett gespart das sind jetzt zwei drei umdrehungen drauf da ist die primär wicklung so und da ist auch das ende gut also hat schon stimmt es ist die primär wicklung und hier sehen wir jetzt die anschlüsse von sekundär da ist jetzt nichts was sich hier berührt hätte wow ich ziehe hier schon zwei bahnen runter auf einmal also das haben sie genau genommen wobei die jetzt trotzdem nicht doppelt isoliert sind also es ist nur der kupferlack draht aber dafür haben sie halt auch eine wirklich erkennbar dicke schicht zwischen der prime und dieser sekundär wicklung und hier drunter liegt wieder eine primär schicht das eine war wahrscheinlich eine hilfswicklung und da haben es ist auch sehr gut gemeint oder einigermaßen gut so hier erst hier kommt die windung also da haben sie mindestens zwei schichten gemacht und das zeug wirkt auch einigermaßen solide das brauchen wir jetzt auch nicht bis zum ende hier durch zu wurschteln also der trafo kriegt ein gut jua wie je längst drüber nachdenkt ist sicher bin ich dass das ein original ist können spannend werden aber den kriege ich ja mit meiner methode gar nicht so unheimatisch auf da müssen wir halt dann doch etwas invasiver werden obwohl ich ja sonst wie ihr alle wisst ein freund von non invasiven zerstörungen wenn das beeindruckt ihn nicht so wirklich das ding ist gebaut wie ein panzer also aus plastik halt aber wie ein panzer das ist die beißzangen stelle mal wieder manche von euch finden die nicht die sich fast in allen videos drin manchmal streikt heute nicht die haben ja sogar ein separator das plastikteil dahinten das ist ein original sage ich mal was ich jetzt hier so unsentimental zerstört habe also auf den ersten blick sieht das erstaunlich vernünftig aus wir haben hier netzspannung rein wir haben eine richtige sicherung das hier sieht nach dem ntc aus wegen anlauf strombegrenzung strom kompensierte drossel ein lade elko und dann nur auf der rückseite schauen das einzige was mich dann so ein bisschen nervt ist sowas das ist jetzt nicht schlimm das ist die strom kompensierte drossel wenn sich das jetzt hier um biegen würde naja gut okay wäre jetzt in dem fall nicht so tragisch dann haben wir einen vierwege gleichrichter hier und der ganze spaß führt dann hier auch schon zum pufferkondensator hier ist auch noch das dürfte ein stört drossel sein also das ist ein stört drossel und man sieht auch hier das sind hätte ich klar sagen müssen es sind natürlich zwei kondensatoren parallel und da haben sie sich so eine art glied gebastelt damit übertragen hier noch mal eine trennung zwischen hochvolt seite und schutz kleinen spannung seite dann haben wir hier zum entstören zwei y kondensatoren das ist soweit ich weiß die ganz neue variante also die ganz aktuelle die sind hier in reihe hier 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 das heißt die creeping distance ist sowieso gar kein problem weil jetzt hier eben noch dieses kunststoffteil dazwischen sitzt hier ist der optokoppler zur rückmeldung wir haben wir hier einen kanal mosfet und hier ein chip den ich jetzt so auf die schnelle nicht gefunden habe der eben hier das netzteil betreibt auf der seite wird es ein brekkal spannender hier irgendwo kommt der übertrager raus da fehlt die große diode und es dient keine verschiedene spannungen also das hier sieht aus wie wieder ein mosfet der allerdings das kann jetzt von mir sein hier also ein gesteuerter gleichrichter und das wird der steuerchip dazu sein der auch den usb hier bedient hier haben wir wieder eine von diesen interessanteren bereichen hier ist also eine soll bruchstelle wenn sich wirklich eine statische entladung abbauen möchte das ist so meine theorie weil die kann ja auch über die usb buchse kommen das ist eine riesen distanz und da sind jetzt hier halt die soll stellen hier spitz angebaut jetzt gehen wir einfach mal ein paar kv drauf und schauen wie das ganze ding herhält immer gleich 2500 volt widerstand ist unendlich 5000 volt wird interessant passiert gar nix kurzer test ob es auch wirklich geht ganz offensichtlich also das ist in gar keiner welt irgendein problem bisher zu den bauteilen noch also verklebt haben sie die ja wie weltmeister so können wir 105 grad passt y2 y1 das ist ungewöhnlich okay haben sie verschiedene eingebaut naja es geh halt raus also eigentlich bin ich an der stelle schon fertig weil das sind die typischen konstruktionen da ist der sekundärkreis doppelt isoliert hier sieht man schon jetzt ja 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 komm 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 da ist er ja auch schon also das ist eine von den prima wicklungen auf jeden fall mit der zwei windungen wicklungen abstand vielleicht habe ich mich getäuscht vorhin wo ich gesagt habe dass das eine hilfswicklung ist das ist noch mal eine primär wicklung na das könnte eine schirmwicklung gewesen sein wirklich da ist ja die sekundärwicklung schön dick haben wir es gern doppelt isoliert durchgängig da kann nichts passieren verlassen sich nepplos auf den kupferlack als abschirmung oder isolation besser gesagt hier geht es jetzt noch mal in pampe rein ok und jetzt 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 da sind mehrere parallel sind wieder an dem punkt dass es wegen skin effekt zur hf flitzenmäßig lauter isolierte leitungen weil eben dann relativ gesehen die oberfläche größer wird und da die hf gern auf der oberfläche sich bewegt ist es dann intelligenter das so zu machen deswegen kann man das ding auch im strang hier abwuseln also fertig mit der windung und dann kommt anscheinend da kommt noch mal eine die ist auch extra angeschlossen also die hat deutlich mehr windungen aber nur zwei anschlüsse da muss ich meine meinung etwas revidieren es könnte sein dass das jetzt die arbeitswicklung ist die andere die mit etwas weniger die hilfswicklung war und dazwischen eben noch eine abschirmwicklung das würde hinkommen so brauchen wir weitermachen ist so dann fasse ich mal zusammen das war die ursprüngliche der ist aufgrund der kondensatoren garantiert tödlich hat auch die leistung nicht gebracht die darauf stand mega morx der samsung jetzt kommt hier dann das kabel entgegen das war der hier der war von der leistung her okay er war meiner meinung nach sicher jetzt weiß nicht übermäßig aber es war einer wo ich sagen na gut 10 euro inzwischen kriegt man schon fast besseres aber da ist nichts dran zu bemeckern und der huawei der sieht am professionellsten aus die haben wirklich da was reingesteckt ist hätte ich ihn doch in die andere kiste stecken sollen von den sachen die bekannt gut sind aber so im nachhinein stammt er garantiert von einem weil ich habe ein huawei oder huawei tablet wahrscheinlich werden jetzt wieder zehn leute sagen dass ich den namen falsch ausgesprochen habe das ist immer so was bestimmte leute gerne korrigieren ist aber auch nicht schlimm gut das war's für heute wenn ihr noch endgelaber hören wollt ich habe heute eigentlich keins also ich verlinke den mal unten in der video beschreibung wobei ich im zweifelsfall ja immer zu power stations von ankara ich kann da auch noch eine dazu verlinken falls ihr unsicher seid getestet habe ich aber schon eine weile keine mehr steht auf der liste aber ehrlich gesagt da muss ich noch ein bisschen genau planen weil ganz billig sind die dinge auch nicht und da kann ich einfach irgendwas kaufen ich habe schon mal eine umfrage gemacht was euch so interessiert es wird aber leider immer nicht so zu viel deswegen werde ich wahrscheinlich von mir ausgehen so ein ding also so eine usb station muss für mich usbc mit mindestens 60 70 watt können und mindestens am besten noch einen zweiten usbc haben mit geringerer leistung 10 15 20 watt und dann noch mindestens drei usb das wäre so meine anforderung ihr könnt mal wenn ihr andere habt schreibt es mal drunter in die kommentare gut also wir sagen für heute reicht's bis zum nächsten video servus